Viele Menschen im Westen Deutschlands hat die jüngste Hochwasserkatastrophe nicht nur ihr Hab und Gut, sondern auch das Leben gekostet. Es wird klar, das war nicht das letzte Mal und Deutschland muss sich besser vorbereiten. Die Politik spricht sich nun unter anderem für eine Pflicht zum Abschluss einer sogenannten Elementarschadenversicherung aus. Bei sehr hohen Prämien für diese Versicherung würde der Staat sogar unterstützen. Doch ist es wirklich die Lösung und überhaupt umsetzbar? Was würde denn für eine Versicherungspflicht sprechen? Nach den immensen Sachschäden, die durch den Starkregen und das Hochwasser verursacht wurden, erscheint der Abschluss einer Elementarschadenversicherung immer sinnvoller. Und das ist sie auch. Betroffene sind bei Sachschäden durch etwa Hochwasser, Schneedruck oder Erdrutsch finanziell abgesichert. Für viele wäre das aktuell eine immense Erleichterung gewesen. Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sind gerade einmal 46 Prozent der Gebäude im privaten Besitz ausreichend gegen Elementarschäden versichert. Eine Pflicht zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung kann diese Quote deutlich steigern. Der zweite Punkt. Der GdV schätzt die Gesamtschäden der kürzlichen Hochwasserkatastrophe auf 5,5 Milliarden Euro. Soforthilfen und Aufbaufonds sind bereits geplant und stehen bereit, für die letztendlich der Steuerzahler aufkommt. Das wirkt doch ein wenig ungerecht, könnten sich Gebäudeeigentümer doch selbst ausreichend versichern, statt sich im Ernstfall auf den Staat zu verlassen und die Allgemeinheit für ihre Schäden aufkommen zu lassen. Auch ist nicht gesetzt, dass die Länder immer für die Kosten bezahlen. Bayern zum Beispiel hat bis zur aktuellen Flutkatastrophe alle Soforthilfen ausgesetzt, wenn die Schäden versicherbar waren. Was spricht gegen eine Pflicht zur Elementarschadenversicherung und warum sehen auch unsere Fachberater eine Versicherungspflicht eher kritisch? Gegen die Versicherungspflicht sprechen die sehr hohen Versicherungsbeiträge, die für eine zusätzliche Elementarschadenversicherung anfallen können. Diese Kosten können zwar auf die Mieter umgelegt werden, was aber wiederum die Kosten für Wohnraum in hochwassergefährdeten Gebieten extrem in die Höhe treiben würde. Darüber hinaus sind etwa 1% aller Wohngebäude in Deutschland aufgrund ihres Standortes aktuell ohnehin nicht versicherbar. Also hier ist der Versicherungsschutz überhaupt nicht möglich. Unsere Experten und Fachberater zur privaten und gewerblichen Sachversicherung sehen eine Pflicht zum Abschluss einer Elementarschadenversicherung ebenfalls als nicht zielführend. Wir von transparentberaten.de sind der Meinung, dass wir statt der Einführung einer Versicherungspflicht mehr Hochwasserschutzmaßnahmen brauchen und dass das Bauen in hochwassergefährdeten Gebieten noch strenger geprüft werden sollte. Was lässt sich jetzt daraus schließen? Wir raten ganz klar zur Elementarschadenversicherung, unabhängig von der Lage des Gebäudes. Jedoch finden wir es besser und sinnvoller, das auf freiwilliger Basis zu belassen. Unsere Meinung? Hochwasserschutzmaßnahmen verbessern, ja. Bauvorhaben stärker prüfen, ja. Generelle Prävention vor den Folgen von Flutkatastrophen sowie dem Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, ja. Abschluss einer Elementarschadenversicherung, ja. Verpflichtung zum Vertragsabschluss, nein. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Tipps zu Versicherungen, Finanzen und Vorsorge mehr verpasst. Tschüss und bis zum nächsten Video.